Ein Junge namens Phil, sein Familienclan, dürfte aus dem 22. Jahrhundert an. Mit ner Zeitmaschine flogen sie von hier nach dort und in jede Zeit und an jeden Ort. Ja, er ist Phil, Phil aus der Zukunft. Alles ist chaotisch, aber er kennt sich aus. Phil, Phil aus der Zukunft. Er ist unserer Zeit um Längen voraus. Sie war auf nen Trip wieder vollbemannt, doch das Ziel war ihnen damals völlig unbekannt. Auf einmal hielt die Zeitmaschine an und nur deshalb kommen sie in unserer Zeit an. Ja, er ist Phil, Phil aus der Zukunft. Fett auf die Nase, steht er gleich wieder auf. Phil, Phil aus der Zukunft. Er ist unserer Zeit um Längen voraus. Phil aus der Zukunft. Er ist unserer Zeit um Längen voraus.